Moin moin, was geht? Willkommen zu einer neuen EP-Map bei Fortnite. Wir starten wieder oben links auf der Looper, geben den Insel-Code ein, der lautet 451813978193. Wir warten das Match, starten. Gucken mal kurz in den Shop. Bis zum nächsten Mal. So, wenn wir hier sind, einmal vorne ans Terminal, dann den nächsten Insel-Code eingeben. Der lautet 22279735 und die 2050. Auch hier wieder als privates Match starten. Dann dauert es einen kleinen Moment, bis er die neue MAP lädt. Dann dauert es einen kleinen Moment, bis er die MAP lädt. Dann dauert es einen ganzen Tag, an der die MAP lädt. Dann dauert es einen ganzen Tag. Muss gehen, dann 619 Sr. So, und wenn wir hier sind, einmal nach links, an die Ecke gehen, dann Emote wieder durchführen und dann landen wir hier, müssen einmal die 15 Minuten wieder warten, die skippen wir und dann geben wir den Code ein, der lautet 723 So, dann einmal bestätigen, dann die auf KXP starten und dann hier hinten links in die Emote durchführen Dabei immer so ein bisschen hin und her gehen und dann haben wir hinten in der Mitte den Button für die nächste Map So, wenn wir hier sind, haben wir wieder die beiden Bots Da würde ich wieder vorschlagen, erst den einen Bot killen, dann warten bis die EP, wie gut es geht, alle da sind und dann den nächsten So, dann einmal die drei Punkte absammeln Und dann kommt die hier oben über das blaue Gebäude in der Ecke auf die nächste Map Hier wieder von links nach rechts einmal durchsammeln Und wenn ihr hier im AFK-Room seid, könnt ihr quasi so lange umherbauen, bis euer tägliches Limit erreicht ist oder ihr macht nochmal die Map von vorne oder eine andere Map Ganz wie ihr wollt, ich hoffe ihr konntet wieder ein paar Level machen Und ansonsten, lasst gerne ein Like und ein Abo da Und bis morgen, bis zur nächsten Map, ciao, ciao